Der Halt da ist! Der Halt da ist. 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 Du bist der Halt da, die sie überstehen. Du bist der Halt da. Ich mag nicht diese Leute. Ich bin der Halt. Ich werde mich leben, damit ich meine Kinder wiedersehen kann. Ich arbeite hier noch mal. Ich werde mich in den Tyrant schützen, und werde mich in die Kolderidge-Präsen. Ich kann dir helfen. Ich kann diese Halt da öffnen, um die Motto überflöten zu können. Du kannst du die Hauptkarte der Halt da. Oh, watch out for the Hagfish. I've seen him take a finger off. Ich darf die Hand auf ganz. Ich darf das nicht mehr. Ich darf die Halt leben. Okay. Der hat mich da heiß. Das ist nicht so, dass du hier nicht liebst? Das Ort macht mich so schrecklich. Warum ist das? Das ist wo die Empress wurde, von dem Wretched murder. Alles verändert sich für die Welt nach dem Tag. Es war ein schmerz Tag, für sicherlich, aber es war schon so schlecht für die Pläne. In jedem Fall, ich würde nicht dweilen. Ich werde mich für dich entschuldigen. Ich muss zurück nach Arbeit gehen. Kann ich nachher und sehen dich später? Ich glaube, es ist eine gute Idee, heute Nacht. Gott, dies. Gott, dies. Gott, dies. Ist es alles fertig? Bereitsst du zurück nach den Hound Pits? Lass du etwas in das Boot, hast du? Kein Problem. Ich sit hier, bis du bereit bist. Ist es alles fertig? Bereitsst du zurück nach den Hound Pits? Dankeschön, Korvo. Okay, gehen wir. Die Veränderung. Und die Veränderungen haben die Veränderungen nicht ganz aus. Wie ist die Veränderung? Die Veränderung ist nicht so wichtig. Die Veränderung ist nicht so. Ich bin jetzt nicht so wichtig, Ein Einwohnern zu entwickeln, Ich bin jetzt sicher, Es macht mich nicht leicht, zu sagen die Wahrheit. Ein kleiner Frii, wie ich, immer wird das Schmerz. Aber vielleicht wird es anders sein. Lord Regent ist weg. Die Abbey hat eine neue High-Overseer. Ich denke, unsere Arbeit ist fast fertig. Die anderen sind in der Barre. Keine Angst, dass ich ein Glas in Ihrem Namen erwarte. Ich denke, ich werde nur hier ausgehen, wenn Sie nicht minden. Und dann, reflekt auf die Dinge, während wir einen Moment haben. Congratulations, Korvo. Die Hand dies. Die Hand dies. Die Hand dies. Die Hand dies. Das ist nice. Carvo! Jeder sagt, dass du etwas gut gemacht hast. Wir sind morgen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkehren will. Die Tür ist gekommen. Long live die Empress. Vielleicht ist es ein Schiff. Er hat es getan. Die Tür ist vorbei. Die Tür ist vorbei. Die Tür ist vorbei. In diesem Zeitpunkt, Emily wird auf dem Throne. In diesem Zeitpunkt, wir haben deine Namen. Und alles wir haben, in die Stadt zu retten. Ich wünsche mir mehr eine Stadt zu regieren. Die meisten von Dunwallen sind mit Rats und Korpsen. Der Admiral ist recht, ich bin. Korvo, du hast dein Job, während die resten uns auf unsere Arten sitzen. Wir arbeiten morgen. Heute ist es leicht. Heute ist es leicht. Für Korvo, der Mann, der hat sich verändert, um die Geschichte zu verändern. Für Emily Cole, und die neue Dawn, für Dunwall und den Empire. Sie brauchen größere Mathematik. Sie brauchen größere Mathematik. und Kosmologie, natürlich. Sie brauchen größere Mathematik. Sie brauchen diese Dinge? Sie brauchen diese Dinge? Natürlich nicht. Nein. Ich denke, ich sollte eine Central-Rolle sein. Sie信 mir. Es ist wahr, sie ist. Aber sie信 mir alle uns. Sie信 mir. Sie信 mir, Kalista? Sie wissen, eine der komplette Menschlichen Kampfverlangen von mir. Sie sind ein beeindruckend, Korvo. Ich hoffe, sie geben Ihnen den Geld Sie verdient. Hallo, Korvo. Die Pendletons wenden Sie dir einen Debt. Ich will eigentlich miss this dank, very building when we return to Manor. Do you think Piero will ever want to marry? I mean, hypothetically? You talk to him with... Campbell's black book lets me control the Abbey. But only at a price. I must have a portrait made. Maybe Sokolov will do it, after what we've been through here. Emily's first act will be to rescind the warrant for your arrest. We can finally take that mask off you. The outsider has failed at destroying Manor. Emily is quite special. The people have been brought to their knees. She learned from all of us. You are strong, you are beginning to rise again. She trusts you absolutely, I believe. I made a list of all the swear words the Admiral uses. And what Callista made me throw it away. Attention, Dunwall citizens. You speak less and do more than any man. You remain alert for further announcement. I swear, I've learned that it's from now on the list. Your life will be changed. Samuel. You are killed. You are killed. Jesus. I love you indeed. You are killed. Cycle is under and he is subject to the evidence. Chairman, you are forever. You move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes. It'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. I'm sorry something terrible, Corvo. But I only gave you half the poison. They were watching me and it was all I could think to do. I think you're strong enough to survive that. I'll put you on a raft and then I've got a ship out myself before they find out I've got against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll wake up and find your way out of this cursed city. This is the one who was with the Empress when she died. Poison. Tibian stuff. Amateur work. Hill road. That's up to doubt. planning. That's enough for you. Let's go. The Empress. Be quiet. It's the one who got into the bottle. You're not moving. Don't be able to live and go to the country. What did you find? The Empress. The Empress. The Empress. The Empress. Ich weiß ein sehr viel, Bodyguard. Ich verstehe diese Marken auf deinem Hand. Ein Geschenk von deinem Freund. Derjenige, der mit dir in der Nacht spricht. Er spricht mit dir, wenn du seine Schreine besitzt hast. Ich besitze diese Schreine, auch. Und ich weiß, was es fühlt sich, um ein Blades in deine Empressen zu spüren. Aber ich weiß nicht, wer du bist, und wer du kämpfst. Sie sind ein Mysterium. Und ich kann das nicht allow. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Er hat da ist. Hier bist du am Ende, in einem Ruind- und Drowning-Wirld, in der Katastrophe von der Mann, die deine Empress töten, der Assassin Daud. Deine Freunde verletzten dich und verletzten deine Körper in die Rive. Sie haben es getan, um sich zu retten, damit niemand wissen, was sie getan haben? Oder war es, dass sie ein einziger Weg aus dem Kontrollen ein Empire und sie wissen, dass du sie niemals verletzten, Emelie verletzten sie. Vielleicht keine dieser. Vielleicht ist das nur die Natur des Menschen. Ja, halt da ist. Ja, halt da ist. Ja. Wer hat es da ist? Das war's für heute. 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 Nice. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.